Ach komm, bau dich doch nicht ein. Noch mal ein Hit! Oh, ich hab'n Not-Capit-Marker gegeben. Ja, ich würd schon sagen, dass es noch als Snipe zählt. Zählt noch, oder? Ein bisschen Pickaxen. Hey Freunde! Fix hier! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battoria zusammen mit Maxi Fui! Jaaaa! Wir spielen Duo vs. God in Only Gold-Modus, weil... Warum? Ja, weiß ich nicht. Warum nicht? Einfach so! Leute, wenn's euch gefällt, lasst ein Abo da. Bitte, bitte, ich brauch 400.000, Alter! Es sind nicht mehr viele! Dann gibt's ein 2.000-Euro-Giveaway. Das ist meine Kiste. Du Opfer! Ein Kommentar. Ich wollte es dir geben. Ja, genau! Das ist meine Kiste. Komm zu mir, ich hab' tolle Sachen für dich. Äh, Gegner? Bist du tot, oder kommst du klar? Ich komm klar, er ist weggegangen. Hast du ihn? Wo ist er hin? Er ist weggegangen. Über mir. Über dir? Ich hab' ihn hingestellt. Ja, eigentlich schon. Wo ist er denn? Hello, my friend! Ne, der ist nicht oben. Ah, doch! Hier! Und ich verfehle erstmal. Put! Hab' ihn! Brauchst du ne Pump oder so? Oh mein Gott! Oh, lol! Ich hab' voll erschrocken. Komm, schieß' nochmal! Bei uns ist auch einer im Haus, ne? Echt? Aber ich will hier den töten. Hab' ihn! Ich glaub' hier sind sogar noch mehr im Haus. Oh mein Gott! Hast du, oder? Ja, ich glaub' schon. Komm mal! Oh mein Gott, ich hab' ihn. Ich glaub' hier ist aber noch einer im Haus. Ne, ich leb' nicht. Alles gut. Alles easy, Digga! Ich klatsch' die doch weg! Weißt du? Weißt du, Anna? Der snipet auf mich? Jetzt haben wir kurz Biggies rein. Und zack! Oh, merkst du hier nicht sterben? Hier sind Minis, wenn du mitnehmen willst. Ah, du kannst sogar trinken. Gleich machen. Biggo auch noch. Ah, brauchst du nicht. Wenn ich hier das Biggo nicht brauche. Ja, dann gib mir die Minis. Bitteschön, okay. Oh, da drüben ist noch mehr Action. Hier ist noch irgendwo ne Kiste, ne? Ja, voll wichtig, Maxi. Wir brauchen unbedingt ne Kiste, weil wir haben ja noch nicht die krassesten Waffen, die es in diesem Spiel gibt. Oh. Da sind zwei im Haus. Batz! Oh, schade. Komm, jetzt aber. Batz, Junge! Unten vielleicht? Auch nicht. Doch, unten sind sie. Oh, ich hab' von hinten einen Snipe gefressen. Ich hab' einen Knock. Pass auf! Tot! Oben noch. Oder? Oh! Ich hab' sie fast getriggert, aber ich hab' ihn Knock. Oder beziehungsweise ich hab' ihn getötet. Heb' mich auf, Maxi. Ich brauch' Mets, ich brauch' Mets, ich brauch' Mets. Hier außen sind ganz viele. Oh, oben ist ein Gegner. Ich hab' keine Mets mehr. Ich hab' keine Mets mehr. Da außen liegen viele. Schaffst du. Links. Batz! 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 Der hat 200 Leben. Oh, nice. Kannst du den finishen? Dankeschön. Help me beat the mix. Alter, wir haben schon voll viele Kills. Wie viele hast du? Äh, ich habe drei. Oh nein. Mann, jetzt musst du alle wieder töten hier. Ja. Ja, bringt. Ey. Du kleiner Hund! Was fällt dir ein? Mann, ey. Er soll keine Ass sehen. Nein, nicht du. Der kleine Wichser, Alter, wie er mich abschießt. Ich komm' nicht an Maxi ran. Ich schieß' einfach fix tot, der am Boden liegt. Komm, jetzt bitte räche mich an den. Dieser hässliche Bademeister, Alter. Versteh' auch nicht, wer Bademeister gerne wird, ey. Alle Bademeister voll triggert. Was machst du gerne? Ich hab' meinen alten Keybinds. Äh, neue. Alter. Was denn jetzt? Immer diese Ausreden, ey. Fix, ich bin nicht gewohnt gegen Squads zu spielen. Eine Person ja, aber viele... Ich hab' ja keine Metz. Ich hab' ja keine Metz. Oh geil. Ich hab' ja keine Metz. Ja, bau' den Busch ab. Ja, okay. Genau so. Mach deine Mann noch kaputt. Bademeister, stirb! Boah, der ist Suicide unterwegs. Doch nicht. Ja komm, den Bademeister holst du easy. Und Bats. Und... Genausgab machen. Bats! Endlich! Kannst du mich retten? Jetzt erstmal Metz holen? Ja. Die sind links. Soll ich kurz Metz holen? Ja, okay. Wow, der hat viele Metz gehabt. Ey Digga, das kann doch nicht sein, dass keiner Metz hat, alter! Ba da 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 ba ba da da ba da ba da ba da ba da... Mann ey, wir haben nicht finishen muss, ey. Soll ich meine Metz blitzen? Ahh! Ich krieg' einfach mehr Metz. Hebe mich einfach auf YOLO. Oh Gott, warum bist du oben drauf? Was are you doing? Ich bin ein Mann. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wovor hast du Angst gesetzt Mensch. Ja ich habe eh Spawn Protection und daher YOLO. Keine Schwäche. Schieß mich halt ab. Keine Schwäche. Leute, man kriegt eine goldene Pistol von hier? Geil. Geil. Ich die nice. Ich mach jetzt die nächste Runde nur noch mit goldener Pistol. Hat man hier nicht schneller? Ja, eigentlich ein bisschen. Hat da niemand von dem Metz gehabt? Okay Mixi, ich bin wieder am Leben. Uhh, oh ja. Wollen wir schwimmen? Ja, nein. Nicht? Mit dem Schiff? Okay. Ein bisschen so? Okay. Oh man, sind schon wieder alle tot. Alter, 24 Spieler nur noch so. Da fliegt eine Rocket irgendwie von Süden. Von Süden? Ja. Da können wir hinschwimmen. Okay. Nee, da ist doch keiner. Doch, da ist ein Boot. Fährt genau auf, wie ich es zufick. Wo? LUL! Sag doch was! Ich farm hier in aller Ruhe. Ja, hab einen gesniped. Komm, wir snipen den anderen auch. Ah, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Fatz! Fächtet die Leute auch? Fächtner Schild. Habe ich mal einen kurzen Hit gedrückt. Okay, jetzt snipen, ne? Ja. Ja, der ist untergefallen ein bisschen. Ach komm. Sein Teammate schwimmt da, ey. Ach komm! Bau dich doch nicht ein. Nur mal einen Hit. Oh, ich habe einen No-Fegap-Hit-Marker gegeben. Ja, ich würde schon sagen, dass es noch als Snipe zählt. Zählt noch, oder? Ja, ein bisschen, ein bisschen Pickaxen. Huch. Hatten die auch keine Mets? Ähm, ja, doch. Ich habe ein bisschen Stein, habe ich jetzt. Willst du haben? Ja. Hier. Ja, genau, Bro. Nein, Maxi! Oh, danke. Ich habe gedacht, du fährst jetzt die ganze Zeit im Kreis, ey. Das wollte ich eigentlich. Warum, warum? Ich meine, nein, nein, nein. Ich bin Ehrenmann. Ja, mmh. Ehrenmann. Okay, den nächsten Snipe ich für dich, okay, Maxi? Für deine Ehre. Pass auf. Hier. 360, Maroscop. Oh, Hitmark. No way. Oh, Sinti-DK. Wo seid ihr? Hallo. Hallo. Hallo, Gekna. Machen Sie schöne Musik, okay? Oh, yeah. Wie ein GTA, ey. Mit dem Boot rumfahren. Mit geiler Gangster-Musik. Oh, yes. Fahr mal, fancy, fancy. Fahr mal links hier rein. Ja, hui. Ja. Hier ist niemand. Oh, man. Wo seid ihr schon wieder, ey? Ja. Oh, eine Kiste. Eins. Ey. Oh, da. Da, 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 da. Hast du gesehen? Und. Mach. Ey, der war noch Biggys hinten, ne? Aber brauchst du, glaube ich, der nicht. Ist egal, egal. Ich hätte es hinten aufgeben, bitte. Der Beste. Okay. Oh, der geht vorüber. Pass auf. Oh, ja. Die sind die allerbesten. Von rechts snipe auch jemand. Nehmt doch eben einfach. Lol, Alter. Dein Sound ist brutal von der Sniper. Oh, Hitmark. Easy. Wir sind nicht in der Zone, ne? Mir egal. Ich weiß nicht, dass es lohnt dahin. Sagen wir gehen einfach kurz. Ja, wir warten hier. Die müssen ja auch reinkommen, oder nicht? Ja. Ich weiß aber noch nicht, wo die von rechts schießen. Siehst du die vielleicht? Ah, da auf dem Berg. Ganz oben. Komm, Freunde. Oh, ich habe einen gefinisht. Lass ihn lieber reinkommen wegen Matt. Sicher? Ja, okay. Was kurz warten. Drei, zwei, zwei. Lauf doch rein! Alter, der ist einfach raus. Disconnected. Hast du ihn genockt dahinten? Ne, nur Hitmarker. Ich hole mir schnell die Matt's dort. Ja. Tschu. Ich glaube, der hat nix. Ja, moin, Alter. Full Eisen, full Stein. Der hat nix. Da hat gar nix dabei. Brauchst du was? Ich hab Eisen. Oh mein Gott. Ja, da war einer. Junge, der Gegner hat meinen Arsch gerettet. Scheiß Baum. Oh, scheiß Baum. Wow. Wo ist der andere? Ey. Lass ihn snipen. Der ist wide. Okay. Wo ist er? Oh Gott. Genau, hier. Müssen wir weiter in die Zone. Schaffen wir. Schaffen wir. Ultra Hard Scope. Easy, cheesy. Ich hab immer noch null Matt's. Alter, ich hab zehn Kills. What the fuck? Ich hab sechs. Soll ich dir ein bisschen Matt's geben? Ich hab tausend, tausend. Ja, okay. Nein. Oh mein Gott. Du kleiner Scammer, Alter. Mann, kannst du mal aufhören? Junge. Schaut euch diesen Schwitzer an, Alter. Nein, ich und Schwitzen. Maxi, größter Schwitzer, den ich kenn. Bats. 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 Hitmark. Oh, wir hätten ihn snipen können. Kannst du die Wand aufschnipen? Bitte, bitte schieß die Wand auf. Bitte Maxi, tu's. Schieß die Wand auf, bitte. Bats. Haha. Hast du ihn? Ja, ja. Zwei tot. Fix, ich brauche einen Matt Case. Ich hab Sonnenschaden bekommen. Ähm. Bats. Oh mein Gott. Fast hätte ich den dritten gesnipet noch. Ah, der ist One-Shot. Hab ihm einen Hitmark gegeben. Alter, was ist das für eine Sniper-Runde? Ich zerfetze ja gerade alles. Kannst du bitte aufhören, mich in die Zaun zu grabbeln? Alter. Hahaha. Nein, ich hab Zaun. Kleine Ratte, ey. Mann, der revived die alle wieder. Ich hab die so schön genockt, ey. Und dann staubst du meine Kills ab. Nein, nie. Da. Nein, nein, nein. Lass meine Kills in Ruhe. Hexi. Ja. Hätt ich dir aber gegönnt, den Kill, weil ich hab alles verfehlt. Ey, ich könnte bitte aufhören zu schießen. Links über uns auch, ne? Hier ist ein Bandage Gun. Soll ich uns kurz hochrein? Ja, mach. Oh mein Gott, er gibt mir einen Headshot. Oh, die muss er aufladen. Ich hab mir Minis rein. Ah, scheiß drauf. Ich hab hier noch eine. Einschüsse kann ich auf dich machen. Ja. Nice one. Ach, komm. Was macht der denn? Schau mal, er flext die Edits raus, sag ich dir. Richtige Maschine da oben. Oh, hast du ihn? Wollen wir ihn pushen? Ne. Ja, komm, auf geht's. Aber rechts unten halt noch jemand dabei. Kann ich den Dings rub in eigentlich? Oh. Ist der im Gebüsch? Ja, ich push dann was hin oben. Ja. Oh mein Gott. Er ist eine Legende, Alter. Er piekt und haut mir aufs Mark. Ganz einfach. Richtige Maschine. Er ist wirklich gut. Er ist legit der beste Spieler in der Lobby. Oh, oh. Alles gut. Ich hab drei Pfeilen reingesetzt. Oh Mann, deine Träfte. Ich hab schon gedacht, es sind deine. Ich hau mir schnell Minis rein. Oh mein Gott, Alter. Beruhigt euch. Ach, ich bin ja voll Minis. Wie viele Bigos hast du? Nein, ich traf dir einen. Das ist genau bei mir. Ja, die sind hier auf meinem Weg. Ach, er macht keinen Edit, ey. Kommt. Ja, als ob alle Raketen einfach mitnehmen. Junge, als ob die alle mit den Raketenwerfer schießen. Hast du Wendich-Gun für mich? Nee, das ist der Gegner. Von wo schießen denn die Rockets? Komm, Junge, sitze. Lol, hab nur einen Hit mal gegeben. Hab einen Knock. Wir sind mal kurz auf den Finish gegangen. Hier ist ein Bandage-Gun, aber... Ah, scheiß drauf, scheiß drauf. Hört bitte auf. Hört bitte auf, Alter. Zweiter Hitmark. In seinen Maul rein. Komm, piek nochmal. Kleines Meid hier rein. Hier unten oder wo? Ja, da. Genau, wo du markiert hast. Was noch? Mego? Ja, wäre nice. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Blue. Alter, wir zerfetzen ja hier schon wieder komplett alles. Na? Was ist denn da los? Oh, nein. Er schießt eine Rakete, Alter. Irgendwo hinten. Da hab ich schon ein bisschen Angst. Ne? Ich auch. Scary. Oh, mein Gott. Seine Kackmütze schaut halt raus, ne? Wenn er sitzt. Seine Kackmütze schaut raus. Oh, ey. Rechts, rechts, rechts von uns. Knock. Oh, ja. Oh, nein. Die Rocket hat... Ich hatte ihn snipen können. Ist ja gerade im Tod gefallen. Nein. Ich hab einen genockt von denen da drüben, ne? Noch einer? Beziehungsweise wieder knock. Das ist der letzte hier unten. Das ist der letzte, glaube ich, dann. Ja, lass erstmal die links oben pushen. Ja. Nur Angst, dass die mich jetzt hier runterschießen. Oh, oh. Er hat ihn wieder revived. Wieder knock. Ich hab den Typen dreimal genockt. Oder? Ich hab mich kurz hoch mit Bandage-Gun. Lol, der gehört zu dem, ihrem Team. Der letzte unten. Die haben sich gesplittet. Alter, das sind Legenden. Ja, da. Seht ihr, dass das Legenden sind? Der letzte, ne? Der letzte von Nosekopen. Okay, ja, ich hab ihn im 35er gedrückt. Den Rocket mit für Rocket... Pass auf, Alter. Hier. Special. Door-Edit. 360. Na, sag doch was. Weißt du, wie ich das machen muss? Wenn ich den jetzt hätte fixen, ne? Ja. Nein, nein, dann bahnte ich überall Sachen hin. Ja, ich geh kurz wieder hoch. Ich schieße die Sachen kaputt, okay? Oh, oh. Nein, wieso springst du denn auf den Boden, du Trottel? Psst, das weiß er doch gar nicht. Fix, holst du mich hoch? Obwohl ich fast in die Zone komme. Werf mich in die Zone. Werf mich in die Zone rein. Du kannst mich tragen. Ich zieh durch. Ich zieh durch, Yolo. Schaff ich. Easy. Wie viel Metz hast du? 900. Ich hab 300 nur noch. Willst du was haben? Ja, wär geil. Aber ich mach jetzt einfach hier den Kill. Oh, schade. Hier, ich dropp dir die Hälfte. Ich hab gedroppt. Okay. Wir könnten halt noch einmal ins Wasser rein. Hast du noch den Rocket? Oh, schade. Ich hab noch mehrere. Oh, schieß mal auf mich drauf und ich falle in ihn rein und no-scope einfach irgendwo hin. Okay, hier. Oh, schade. Nochmal. Oh. Nein. Ich muss hier raus. Danke, Wechsel. Wow. Mein Ding fix. Er trappt auch noch, Alter. Er muss nach oben. Weißt du das? Weiß nicht. Hast du ihn genau scoped? Nice. Oder? War das Scope. Alles klar, Mexi. Sag einfach gar nichts mehr. Leute. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass einen Daumen nach oben da. Und schaut auch bei Mexi vorbei. Alter, wir haben voll viele Kills gemacht, ne? Ich hab drei. Hä, ich hab sechs? Lol, aber ich hatte doch viel mehr. Ich hatte doch über zehn Kills. Na, wie viele hast du? Keiner Voice-Track. Hä, wenn ich gucke, steht da drei. Es steht da sechs, aber ich hab viel mehr getötet. Save. Hä? Lull. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.